Es gibt nämlich ein ganz, ganz neues Video von den lieben Travel Channel. Die machen wirklich sehr, sehr gute Sachen. Hier seht ihr den Kanal und den Videoanfang. Ja, da will ich gerne mal reingucken. Und ich würde sagen, 3, 2, 1, let's go! Ich hab's auch gehört. Ich hab's auch gehört. Auf jeden Fall. Habt ihr das gehört? Man hört's auf jeden Fall im Hintergrund. Man hört das, definitiv. So ein Sch... Ja, da ist es. Das muss ich von hierher kommen. Ja, das so wie es so. Jo, jetzt macht sich irgendwas hier noch selbstständig, ey. Feuer mal! So, kurz mal den Geist beschworen. Weiter geht's. Komisch. Was war das jetzt? Ich hab's jetzt noch nicht gesehen. Seid ihr nicht sicher? Seid ihr nie sicher, ob du alleine bist oder nicht? Okay. Habt ihr das auch gehört? Ja, oder? Ja, oder? Das war in hier, für sicher. Hey, did you just hear that sound? Ja, das war definitiv ein Krieg. Ich hab' nur gedacht, dass es ihr euch war. Das war das gleiche Geräusch. Hallo? Ich hörte das. Geh'n. Definitiv. Was? Okay, ich hab's jetzt nicht gehört, dass da irgendjemand gesprochen hat, so wie er gesagt hat. Also, Talking hab' ich jetzt nicht rausgehört. Aber dieses... Ja, dieses... Wie Fußspuren irgendwas, das hab' ich schon gehört. Das ist definitiv. Licht? Was? 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 Ach. Ach. Okay, man hat's aber leider nicht so gut gesehen. Also, an der Wand soll irgendwie ein Licht gewesen sein. Ja, dadurch, dass die halt diese Nightshot-Kameras benutzen, sieht man's ja auch nicht so extrem. Ähm, ja. Kann ich jetzt nicht so viel zu sagen. Ich hab's nicht wirklich gesehen. Für mich sah das aus wie ein Schatten, aber das wird wahrscheinlich nicht das sein, was sie gemeint haben. Ähm, ja. Kann, kann, kann ich nicht viel zu sagen. Also, leider. Was war das denn? Warte mal. Zurück. Warte. Das hat man, das hat man definitiv gehört. Dieses, hm. Das hat man gehört. Definitiv. Ich bin raus. Alter, was? Steve. Was war das denn, was passiert? Wieder, oder? Das war eine männliche Sprache. Das war wie eine... Eine Männerstimme, okay? Oh. Oh. Was war das denn? Das war wie eine... Jane. Das war eine männliche Sprache. Oh. Absolut. Yo. Okay, Nummer 5. Der krassesten Sachen, die die... gesehen haben. In dieser Saison. What the f*** was that? People have seen a little boy. Okay. I'm going down this hallway here. Ich muss... Ich muss auch kurz was sagen. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Also Nightshot-Kameras, ja, finde ich auch toll. Finde ich gut. Man sieht ja natürlich auch nachts viel, viel mehr. Aber ein Video, was nur aus Nightshot-Kamera-Perspektive irgendwie erstellt ist. Ja, ich weiß es nicht. Sehr schwierig. Ja, du siehst halt gewisse Sachen halt so nicht, wie als in der Realität du das sehen würdest. Und da kann man auch sehr vieles eininterpretieren. Also, die Interpretation ist natürlich großgeschrieben, was das angeht. Hm. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Man sieht halt Schattenwesen nicht so gut, als wenn sie nicht in Nightshot wären. Also, viele sagen auch, ja doch, man tut es. Aber ich kann euch wirklich nur sagen, nein. Also, es ist Nightshot-Kameras sehen in der Nacht viel mehr. Das stimmt eigentlich. Aber, ähm, wenn du etwas Paranormales siehst, dann müsste das doch schon ein bisschen besser zu sehen sein in einem ganz normalen Shot einer Kamera. Und ich finde es halt auch nicht so interessant irgendwie per Nightshot. Alles grün. Also, ich mag es mehr in Farbe. Deshalb habe ich auch bei Lost Places mittlerweile auch eine weiße Taschenlampe mit dabei. Statt eine mit RGB-Lichtern. Ähm, also, rotes Licht, blaues Licht, grünes Licht. Ich habe öfters das rote Licht benutzt. Und ja, das ist auch viel besser an Lost Places, die halt an der Straße sind. Wo Leute vielleicht auch, ähm, ja, euch bemerken können. Ähm, dann hat man doch schon besser die rote Taschenlampe dabei. Weil das halt nicht so auffällig ist, wie als wenn man mit einem weißen Licht die ganze Zeit rumleuchtet. Also, das ist schon natürlich klar. Aber ich mag es halt mehr, diese natürlichen Farben in einem Lost Place zu sehen. Und, ähm, deshalb auch die weißen Taschenlampen, die ich mittlerweile mit dabei habe. Hat er es aufgenommen? Ja, ja. Ja, ja. Hm. Wow, wow, wow. Wow. Okay. Wow. War auf jeden Fall geil. War auf jeden Fall eine geile Situation. Geiler Schad. Und, äh, ja, mit so einem Ramport zu arbeiten, ist immer eine ganz, ganz, äh, ganz tolle Sache. Ramports, äh, zeigen ja die, ähm, ja, die Nähe eines spirituellen Effekts an. Und, ähm, ja, ein Ramport ist tatsächlich noch so eine Sache, die mir fehlt. Ähm, ich habe schon ein bisschen rumgeguckt nach einem Ramport. Und, ähm, eventuell mir auch selbst einzubauen. Ähm, ich will mir selbst einbauen. Ähm, bin ich, äh, also zu dem Entschluss gekommen, mir einen selbst, äh, zu bauen. Ähm, weil die sind echt extrem teuer erstens. Zweitens, ähm, dauert es extrem lange, bis die hier sind. Und, äh, darauf habe ich echt keine Lust. Aber Ramport ist auf jeden Fall eine ganz, 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 ganz geile Sache für paranormale Investigationen. Definitiv. Auf jeden Fall. Kann ich wärmstens empfehlen. Oh, green for yes? Thank you. Geil. Geil. Will ich auch mal machen. Will ich auch mal machen. Will ich auch mal machen. Oh. Okay. So, Robert, you're here with us? Robert, if that's you, can you go near one of the devices again? Yo! Alter, warte mal. Das will ich noch mal hören. Robert, if that's you, can you go near one of the devices again? Jetzt. Alter, ohne Witz. Gänsehaut Level 100. Ey, wirklich. Wie krass. Wie krass man das einfach gehört hat. Boah. Aber cool, dass er sagt, wenn er Haare hätte, würden die alle stehen. Einfach der Typ mit der Glatze, ey. Oh Mann, ey. Ich habe gehört, dass er sagt, wenn er Haare hätte, würden die alle stehen. Cooler Typ. Ist auf jeden Fall witzig. Ich finde auch, bei so paranormalen Investigations sollte man auch mit ein bisschen Spaß und Humor mit reingehen. Aber nicht zu viel, weil zu viel verdirbt auch den Drang danach, etwas Echtes zu sehen. Und kann tatsächlich auch das Paranormale ein bisschen verdrängen. Also, schauen wir mal weiter. Aber bis jetzt, geiles Video, wirklich. Travel Channel. Ey, saugeil, wirklich. Wow. Was ist das aber für ein Gerät? Was ist das? Hallo? Hallo? Das war so großartig. Put das auf. Just listen. Ich habe es. Okay. Es ist wie ein Residuelles und dann Intelligent. Das sagt mir, dass wir beide Phänomenen haben. Es klingt wie das gleiche Sound. Okay. Also ich weiß nicht, was er dafür jetzt benutzt. Ob er da einfach nur ein Diktilgerät benutzt, welches ich halt auch habe. Und der einfach die Kopfhörer drin hat, dass er das ein bisschen intensiver vielleicht hört. Oder ob er ein Device, also ein Gerät benutzt, was ich lange Zeit her hatte. Welches die Töne der Außenwelt, also von außen alles nochmal ein bisschen verstärkt. Ein bisschen erhöht und alles. Sodass es halt lauter rüberkommt. Das wäre jetzt eine echt, echt gute Frage auf jeden Fall. das zu wissen. Okay. Mhm. Okay. Also die haben am Tag vorher, als die da schon gewesen sind in dem Lost Place, haben die ja sichergestellt, dass alle Bücher oder je nachdem, alles in diesem Regal gerade drin steht. Also nichts guckt raus, nichts ist irgendwie verschoben oder sonst dergleichen. Wir können uns natürlich jetzt wahrscheinlich denken, was da passiert. Wir schauen mal weiter. Auch krass, dass einfach so eine Bibliothek komplett alleine und verlassen ist. Krass. Oh. Was? Nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. Was für ein Buch ist das? Was? Was? Hey, ich will wissen, was das für ein Buch war. Ey, das kann doch nicht sein. Er sagt einfach, das Buch ist kalt. Ja, das ist ja meistens halt so, wenn eine paranormale Kraft, Begebenheit so ein Buch oder irgendwas berührt, weil die Geister ja sehr, sehr kalt sind. Aber, ähm, ich würde mal gerne wissen wollen, warum gerade dieses Buch und kein anderes. Also ich würde gerne den Titel wissen wollen von dem Buch. Schade, dass sie es nicht gezeigt haben, leider. Schade. Margarita. Margarita. Are you here? What happened to you? Wow. Wow. It's pulsating. Yeah. What's going on in there? Was? Tango for Steve? Can you check on the monitors to confirm an Anomalist? Light we're seeing in the arena? On my way. Also man könnte jetzt überlegen, entweder sind die nicht alleine, weil es war ja ein Licht. Aber das ist halt dieses Ding schon wieder. Es ist eine Nachtsicht-Kamera. Das ist halt, hm. Ja. Aber auf jeden Fall sehr interessant, dass da oben irgendwas sich bewegt hat. Das hat man ja hier definitiv gesehen. Also es hat sich definitiv irgendwas bewegt hier. Aber was das ist, wissen wir natürlich noch nicht. Gucken wir noch mal weiter. Steve to Tango? Tango for Steve? Can you check on the monitors to confirm an Anomalist? Light we're seeing in the arena? On my way. You have to check it out, Grino. We can't stay down there and just assume it's something paranormal. Absolutely. Tango for Steve? Go for Steve. All there. Okay. I see you guys walking up the stairs there. Thanks, man. There are some windows up there. I see the windows on the top. I'm seeing some light in that room. Can you tell if it's coming from a source or if it's just an illumination of some sort? I can't tell. It is pretty distant. The camera is more of a glow. I'm gonna go check it out now. Copy that, yeah. I mean, that's a claim there too. They say they can see lights. If it's something paranormal, it would have to be energy, so a glowing ball of light or an actual, a theoretical apparition. I don't know. I don't know. I really don't see anything in here that's gonna explain that illumination. There's no outside windows. I don't see any fluctuation. If this wasn't a room full of electronics, we could try to get some sensory equipment going, but... Yeah, crazy readings. Right. Is there anyone here with us? This is wild, man. I really don't know how to explain what we saw with the light. Me neither. Okay, gross. Gross! Travel TV. I don't know. Travel Channel. Wow. Sau. Sau. Geiles Video. Also... Ey... Ey, was soll ich dazu sagen? Seid über einem Jahr abonniert. Ich denke mal, auf jeden Fall zu Recht.